CamSports bringt die Evo 1080 Pro auf den Markt. Eine handliche Video-Fingerkamera, die gerade einmal 8,2 x 2,4 cm groß ist. Das kleine Kraftpaket sorgt für ein kontrastreiches Full-HD-Bild und ist solide verarbeitet. Sie wird einfach in die mitgelieferte Halterung geklickt und eignet sich wegen ihrer Größe vor allem als Helmkamera. Der integrierte Laserpointer hilft bei der Ausrichtung der Kamera. Aber das ist nicht das einzige Feature. Schraubt man den Deckel ab, kann man mit einem kleinen Schalter die Framerate von 30 auf 60 Bilder die Sekunde hochsetzen. Dabei arbeitet sie aber nur mit HD-Auflösung. Unser Motorrad-Tester Georg Jelicic hat sie auf den BMW Trackdays für euch getestet. Dein Unfall. Dein Unfall der Da unten? Ja, da unten. Was willst du? Was willst du? Ja. Okay? Okay. Okay.